Willkommen zu einem neuen Video. Ja, das soll mal ein Tutorial sein, wie man die Regionalliga in FIFA 19 nutzen kann und zwar auch auf der Playstation, weil es kam ja vor ein paar Wochen der EEP-Patch raus für den PC. Jetzt möchte ich mal kurz zeigen, wie es auch auf der Playstation funktioniert. Ich sage aber, es ist halt eine Variante, wie man es machen kann, aber es wird halt nicht so gut funktionieren wie auf dem PC. Man kann sich einfach eine Liga nehmen und dort alle Spieler, die dann im Kader sind, raus und man kann sich selber Spieler erstellen und dann als Manager-Namen den Namen nehmen, wie das Team heißt. Beispielsweise, man erstellt sich Rot-Weiß-Essen, dann macht man sich einen Kader, wenn man sich Spieler von Rot-Weiß-Essen erstellt und macht dann als Trainer-Namen Rot-Weiß-Essen. Entweder man macht eine eigene Liga oder man modelt England um, indem man quasi die ersten drei Ligen auf die ersten Ligen in England aufteilt und dann halt noch dementsprechend Regionalliga-Teams erstellt, dann hat man halt mehr Mannschaften. Das sind halt die zwei Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.